Kurz in Englisch, this is a tutorial about animations and using dynamics. Das geht jetzt um dynamische Simulationen, also mit realen Kraftfeldern in Maya. Und da gibt es mehrere Methoden, ich stelle mal drei ganz kurz vor. Wir nehmen ein Objekt, zum Beispiel einen Kegel und diesen Kegel unterwerfen wir nun einem Mesh-Algorithmus. Das ist dieses Menü hier. Um Mesh zu starten, klickt man einmal auf das linke Objekt hier, bekommt dann dieses Menü und findet dann zehn Stück von diesen Kegeln reproduziert. Ich gebe denen mal eine Textur, ein neues Material, zum Beispiel einen Phong-Shader und der soll gelb sein. Dann sind die alle gelb, die sind nicht unabhängig voneinander, sondern die hängen alle zusammen. Das hier ist sozusagen die Quelle von dem Ganzen gewesen. Wir finden die Eigenschaften hier und können jetzt zum Beispiel die Ordnung von diesem Mesh, das findet man unter Distribute, also Verteilung, verändern. Wir haben im Moment zehn Stück. Hier könnte ich viel mehr machen. Jetzt habe ich elf, jetzt habe ich neun. Ich kann die in der Distanz verändern. Ich kann aber vor allem den Distribution-Type ändern und den gehe ich mal von Linear auf Spherical. Das heißt, es werden sich jetzt die Kegel in Form von einer Kugel anordnen. Das sieht man bei so wenigen jetzt nicht, aber sieht man durchaus, wenn ich das hier etwas erhöhe, sieht man das durchaus ganz gut, dass es sich so am Rand einer Kugel orientiert. Das könnte ich jetzt auch noch ganz anders machen, aber soll jetzt erst mal so sein. Ich gehe zurück zu unserem Hauptmenü Mesh, das ist hier und jetzt führe ich eine Simulation ein. Und zwar soll das eine Signalsimulation sein, eine Art Sinus hin- und hergetaumle und damit habe ich die erste Bewegung, die ich ohne Keyframes erzeugt habe und darum geht es in diesem kleinen Tutorial. Das ist also unsere Simulation, die zappeln hier hin und her und ich kann hier eine ganze Menge von den dynamischen Eigenschaften ändern und das mache ich aber jetzt alles nicht, zum Beispiel Rotation und so weiter, Position, sondern ich gehe zum nächsten Beispiel über. Wir machen eine neue Szene und in die neue Szene setzen wir wieder Geometrie, denn ohne Geometrie gibt es auch keine Simulation. Wir fangen mit einer Fläche an und die machen wir schön groß. Diese Fläche machen wir nun zu einem Festkörper, der nicht an der Simulation teilnimmt. Dazu gehen wir hier oben zu FX Special Effects und zu den Fields Solvers, das heißt Felder, also Kraftfelder und Algorithmen, die diese Kraftfelder berechnen, Solvers. Wenn ich jetzt hier unten in diesem langen Menü mir den Eintrag Create Active Body suche oder Create Passive Rigid Body suche, wähle ich den passiven aus. Das hat den Grund, der soll fest sein, aber ansonsten keine Schwerkraft unterliegen. Das ist quasi der Fußboden, auf den unsere Objekte fallen sollen. Jetzt nehme ich einen Würfel und den Würfel setze ich nach oben und drehe ihn ein bisschen herum und mache ihn auch noch ein bisschen größer. Und aus dem mache ich jetzt einen aktiven Festkörper, Create Active Rigid Body. Und wenn ich die Simulation, das ist jetzt eigentlich keine Animation im klassischen Sinn ablaufen lasse, passiert nichts und zwar deswegen, weil der noch kein Kraftfeld hat. Und dem kann ich jetzt eins geben, zum Beispiel die Schwerkraft. Und die Schwerkraft zieht ihn natürlich nach unten und er spürt den Körper, der darunter liegt, nämlich unseren Festkörper und durchdringt ihn nicht, sondern dotzt einfach darauf auf. Wenn ich jetzt mir denke, der soll mit mehr Kraft hier runter dotzen und ich neige das hier ganz leicht an und schiebe es vielleicht noch ein bisschen nach da drüben. So sieht das jetzt aus. Dann passiert folgendes. Dann passt sich auch die Simulation dieser Schräge an. Der Würfel ist aber noch zu träge, um runter zu dotzen. Das hätte ich hier nämlich jetzt ganz gerne. Und dazu gehe ich zum Rigid Solver oder hier zu Rigid Body 2. Genau da ist es. Und mache Bouncing, das ist etwas höher. Der soll stärker dotzen. Bounce heißt dotzen. Das macht er jetzt. Und jetzt spiele ich die Animation ein bisschen länger ab. Und mache das noch ein bisschen mehr an den Rand hier. Und dann sieht das so aus. Und dann fällt er runter. Schließlich, um mit dem abzuschließen, setze ich ein weiteres Objekt in die Szene. Nämlich dieses hier, diesen kleinen Kegel. Der kleine Kegel, der wird ignoriert von der ganzen Simulation. Also der Würfel fällt einfach durch ihn durch. Einfach deswegen, weil er noch nicht hart ist. Und hier seht ihr jetzt ein gutes Beispiel, um zu vergleichen, was ein aktiver und ein passiver Rigid Body ist. Wir machen den zu einem passiven Rigid Body ähnlich. Nein, wir machen ihn zu einem aktiven Rigid Body ähnlich wie den Würfel selber, aber wir geben ihm keine Schwerkraft. Das heißt, der fliegt nicht nach unten, aber er nimmt an der Simulation teil als etwas, was sich verschieben kann. Anders als der Boden. Der Boden ist ein Passive Rigid Body. Also der ist hart und nichts weiter. Und dann passiert das. Die dotzen zusammen auf. Und den Kegel haut es dann ordentlich nach oben. Der wird irgendwann wieder zurückkommen. Denn, äh, nee, genau. Der wird nicht zurückkommen, denn er hat keine Schwerkraft. Ich kann dem Kegel jetzt aber noch ein Feld geben und damit schließe ich diese Sektion ab. Und zwar zum Beispiel eine Turbulenz. Und die Turbulenz hat eine Magnitude. Die stelle ich schön nach oben. Und dann saust es in eine ganz andere Richtung. Und das Field ist durcheinander geblasen. Das ist wie ein sehr wechselhafter Wind, der dann auf das Objekt draufbläst. So, und unser drittes Beispiel. Neue Szene. Jetzt nutzen wir diesen Reiter Bullet. Der hat schöne bunte Icons. Und es kann sein, dass ihr diesen Reiter nicht seht. Das wäre ganz natürlich, denn er ist die Folge. Die Folge ist nicht eingestellt. Ihr geht zu Windows, Settings, Preferences, also zu den Einstellungen. Und wählt ganz unten den Plugin Manager. Denn es ist ein Plugin, dieses Bullet. Und weil es alphabetisch geordnet ist, taucht es ziemlich weit oben auf. Bullet MLL. Klickt hier auf Load It. Dann lädt sich das rein. Ihr seht diesen Reiter auftauchen. Wenn ihr es immer haben wollt, wenn Maya startet, dann setzt auch den Haken noch hier. Gut, dann suchen wir uns wieder eine Geometrie. Und zwar funktioniert Bullet nur mit Polygon-Objekten, soweit ich weiß, nicht mit NURBS-Flächen. Ich nehme mir mal zum Beispiel einen Kubus und den mache ich hochauflösend. Das heißt, ich mache die Unterteilungen, verstärke ich. Wenn ich da mal nah hingehe, da seht ihr, wie sich das verändert. Wenn ich diese Regler betätige. Denn um ein Objekt weich zu machen, lohnt es sich einfach, die Auflösung innerhalb des Objekts groß zu machen. Viele Details, damit es sich auch fein zerlegen kann. Jetzt gehe ich zu Bullet. Und bei Bullet sehe ich hier oben Make Soft Body. Es verändert die Farbe in ein Grün. Ich habe jetzt rechts ein paar Eigenschaften. Mir sind diese Eigenschaften ein bisschen zu wenig. Insgesamt ist mir Bullet ein bisschen undurchsichtig, was so die Vielfalt angeht. Ich bin es gewohnt, über das Feels- und Solvers-Menü viel mehr Auswahl zu haben, was ich mit den Objekten machen kann. Aber hier habe ich immerhin Steifheit, Reibung, also wie es an anderen Flächen reibt und Dämpfung. Und die Masse kann ich natürlich einstellen. Ich habe dann auch noch Aerodynamics, also den Luftdruck, den Drag, also die Verzögerung, also die Trägheit und den Lift, den Auftrieb. Jedenfalls, wenn ich die Animation ablaufen lasse, dann fällt dieses Objekt, obwohl es eigentlich weich ist, einfach so nach unten. Das ist ungefähr so, wie wenn wir einen Luftballon mit Wasser füllen und dann einfach zum Fenster rauswerfen. Der verändert während des Flugs kaum seine Form. Es sei denn, er hat kräftigen Wind von unten, von der Seite und so weiter, der ihn dann ein bisschen auffrischt und aufmischt. Aber hier ist es ganz klares Gravitationsfeld, was straight nach unten zeigt. Und im Unterschied zu Feels- und Solvers ist dieses Gravitationsfeld fest eingebaut. Das heißt, wir haben eine Gravitation von Anfang an hier drin und müssen sie nicht extra noch einführen. Wir nehmen uns jetzt ein Objekt, worauf das Ganze fallen kann. Und dann nehme ich mal zur Abwechslung noch einen Würfel. Und den muss ich nicht hoch auflösen, denn der ist ja quasi nur der Gegenstand, auf den das Ganze drauf fällt. Dem gebe ich jetzt mal eine andere Farbe, nämlich machen wir mal ein Schachbrett. Dabei seht ihr wieder, wie man Schachbrettmuster macht. So, und damit man das auch sieht, muss man hier oben das hier anklicken und dann haben wir hier überall unsere Schachbretter. Dann sieht man die ganze Animation ein bisschen besser. Der Würfel wird im Moment weich, wie er ist, hier durchfallen. Das tut er auch. Da unten kommt er wieder raus. Und es liegt daran, dass der hier noch nicht hart ist. Ich gehe wieder zu Bullet und mache jetzt ein passives Festkörperchen draus. Das ist dieser hier. Create a passive rigid body object. Und jetzt müsste die Sache eigentlich laufen. Es wird langweilig sein, weil der einfach in sich zusammenfällt. Weil er gerade sozusagen flächig aufkommt. Ich drehe ihn mal ein bisschen. Das ist bei der Simulation immer ganz gut, etwas leicht anzudrehen, um zu sehen, wie es dann komplexer wird, der Aufprall und die Interaktion. So, da verändert sich nicht richtig viel. Und was ich hier jetzt zum Beispiel einstellen kann, ist, Moment, ist die Dämpfung. Nehmen wir mal die Dämpfung hier hin. Dann ist der ganze Flug viel langsamer. Mal gucken, ob sich auch am Aufprall etwas ändert. Dazu mache ich die Animationsspanne etwas weiter. Es wird immer noch nicht ausreichen. Setzt die Dämpfung etwas zurück. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Vielleicht kann ich den Würfel auch noch ein bisschen tiefer anlegen. Es ist immer noch zu wenig. Dann stellt ihr hier einfach einen neuen Wert ein. Ich nehme mal 400. Dann geht der ganze Timeslider auch gleich mit zu der gesamten Länge vor. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich kann auch während die Simulation läuft näher hingehen. Und dann zerknittert der auf diese Weise. Was ich ganz gut finde, ist Self-Collision. Wenn ich das anhake, dann durchdringen sich die Einzelflächen, aus denen dieser Kubus besteht, nicht gegenseitig, sondern Maya versucht in der Simulation, die Flächen so zu halten, dass alle außen bleiben. Also quasi wie ein Luftballon, der in sich zusammenfällt, aber sich nicht dann in seiner gesamten Geometrie so ändert, dass er nicht mehr intakt bleibt. Also das ist ganz ordentlich hier. Jetzt werde ich mal noch diese Fläche, auf die das Feld etwas drehen und wie zuvor in diese Richtung schieben. So bei der Gelegenheit, ohne die Maustaste gedrückt zu halten, einfach die Space-Taste, die Leertaste drücken. Kurz, und dann seht ihr die ganze Sache von oben. Nochmal drücken auf dem Fenster, wo ihr gerade seid. Und dann seht ihr jetzt zum Beispiel ein Top-View. Und da kann ich jetzt, da ist das fallende Objekt hier in der Mitte. Und wenn ich das jetzt hier hinfallen lasse, dann geht es genau an den Rand hin. Und schon bin ich im Perspektiv-Fenster wieder zurück. Also immer kurz die Leertaste drücken. Dann könnt ihr schnell umspringen. Und die Simulation, die jetzt abläuft, wird mir mein Kubus etwas nach unten schieben. Ja, also da gleitet er jetzt weg. Und jetzt wird es natürlich interessant, wie er sich hier nach unten bewegt. Und dann mache ich die Animation jetzt mal auf 600. Und sehen wir, was dann an der Kante passiert. Und das macht er wirklich herrlich, wie er sich hier runter schiebt. Das geht eben nur, wenn er eine größere Auflösung hat. Und jetzt rutscht er ganz nach unten. So, als allerletztes mache ich noch was ganz anderes. Und zwar, wir haben hier einen hoch aufgelösten Würfel. Also viele kleine Faces, viel Detail in diesem Objekt, sodass es eben sehr komplex sich verdehnen kann. Das hat sich jetzt mal, das hat mit dem Thema gar nichts zu tun, aber mit Simulation sehr wohl zu tun. Ein N-Particle, also ein Partikel drauf. Und weil ihr das Objekt, also weil ich jetzt gerade das Objekt ausgewählt habe, mache ich nicht Create Emitter. Also erzeuge ein Emitter, etwas, was Partikel ausstößt. Sondern Emit directly from Object. Also stoße direkt aus dem Objekt ab. Und dann sieht das sehr ulkig aus. Und damit möchte ich dieses Tutorial schließen mit 3,5 Möglichkeiten von Simulationen. Wobei Mesh im Grunde keine Simulation ist, weil es auf Expressions basiert, aber auch eben nicht mit Keyframes animiert ist. So, das war jetzt kompliziert. Und hier haben wir die Partikel, wie sie hier runterfallen. Und die fallen durch das ganze Objekt durch. Ich muss noch ein bisschen weniger Partikel machen. Das ist mir einfach, oder ich sage ihnen einfach, sie sollen nicht ewig leben. Und wo finde ich das? Live Forever? Nein, ich will die Random Range haben. Und zwar die Lifespan nicht total, nicht ewig, sondern 0,5. Und jetzt schauen wir es uns mal an. Das sind auch noch ein bisschen viele Partikel. Und das liegt eben daran, dass dieses Objekt zu hoch auflösen ist. Wenn ich hier drauf die Partikel tue, sind es glaube ich nur 8. Und 4. Doch 8. Weil an jeder Ecke kommen die raus. Dass die Partikel dann auch noch die harten und weichen Körper detektieren können und daran abprallen. Das ist eine Geschichte für später. Da muss Maya ganz ordentlich rechnen, weil so viele Partikel im Spiel sind und außerdem noch die Kollision entdeckt werden muss. Aber nicht, hätte deine Frau ganz auflösen können. Vielen Dank.